Wie würde eigentlich ein Kind von Barbie und Ken aussehen? Dafür werden die beiden sich erstmal etwas näher kommen und dann auch direkt mal ein Techtelmächtel in diesem wunderbar rosa-farbenen Barbie-Worldpool haben. Und der Schwangerschaftstest ist positiv! Ganz plötzlich ist Barbie schon im dritten Trimester. Noch plötzlicher kommt dieses Baby auch schon zur Welt. Und das ist ein Mädchen! Und wie heißen alle Mädchen im Barbie-Universum? Richtig, Barbie! Wie durch Zauberhand wird Barbie direkt zum Säugling. Und so sieht die Kleine aus. Hier sehen wir sie dann als Kleinkind. Und so sieht sie als Kind aus. Aber richtig interessant wird es erst jetzt. Denn so sieht Barbie als Teenagerin aus. Im Prinzip genauso wie ihre Mutter, nur mit einem etwas markanteren Gesicht. Und ganz ehrlich, ich hätte nichts anderes bei Barbie und Ken erwartet.